Große Volatilität bei Bitcoin über das Wochenende, was wir jetzt vom Kurs in den nächsten Stunden und Tagen erwarten können, das Ganze wollen wir uns jetzt heute gemeinsam in diesem Video anschauen. Dafür werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Daten, sprechen über wichtige Preislevel und es gibt natürlich auch ein Update zu unserem Bitcoin Long Trade. Hier gab es gestern erneut einen Compound, dazu aber später mehr. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, gerne ganz mal einen Daumen nach oben dalassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und wir starten jetzt einmal direkt rein mit den Bitcoin Exchange Daten. Sehr schön zu sehen, aktuell Open Interest, weiter ansteigend, während wir eigentlich ein konsolidierendes bzw. ein gerade verlaufendes CVD Spot sehen. Was bedeutet das für uns? Die Kurssteigerungen, gerade jetzt am Wochenende, sind vermehrt auf gehebelte Positionen zurückzuführen. Für mich besonders interessant, hier der Freitagabend zwischen 19 bis 21, 22 Uhr, also bedeutet kurz vor dem Closing der US-Märkte. Warum? Vor dem Wochenende gab es noch einmal einige interessante Preisbewegungen. Wir haben kurzfristig sogar fast eine negative Funding Rate gesehen. Warum? Wenn wir uns das Ganze einmal kurstechnisch anschauen, sehr schön zu erkennen, zu diesem Zeitpunkt haben wir das wichtige 0786er FIP-Level auf dem Daily Timeframe getestet. Viele Trader sind zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, Wir sehen das hier sehr schön, die Preisbewegung am Montag, dass es eventuell zu einer Rejection kommt. Am Montag haben wir dann diesen Retest bzw. eingeleitet bis Donnerstag des 05er Levels gesehen. Davon sind auch jetzt viele Trader ausgegangen. Wir haben es aber geschafft, dieses Preislevel dann zu brechen, weshalb wir auch kurz danach ein relativ schnelles Ansteigen der Funding Rates gesehen haben. Was bedeutet das aber jetzt für uns? Wir haben ein vergleichsweise sehr moderates bzw. eher abfallendes CVD-Spot. Während wir aber ansteigende gehebelte Positionen sehen, also viele neue Positionen, die im Markt sind, sollten wir jetzt, wenn wir uns das Ganze einmal auf der Liquidation Levels Heatmap anschauen, unter dem wichtigen Bereich 66.600, 66.700 bis 66.000 Dollar fallen. Wir sehen das hier sehr schön, diese gelbe Zone. Dann werden natürlich sehr viele gehebelte Positionen aus dem Markt genommen und es könnte zu einem Domino-Effekt kommen, wo wir natürlich sehr schnell fallen. Dann natürlich erstmal hier das 06er Level. Für mich ein wichtiges Target, 65.000 circa und natürlich das 05er Level 63.000 Dollar. Jetzt aber einmal nochmal zu einer wichtigen News bzw. zu einem wichtigen Event, was wir gestern gesehen haben. Donald Trump, der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner, hat auf der Bitcoin-Konferenz gesprochen in Nashville. Sehr interessant seine Aussagen. Zuerst einmal, bevor wir uns das Ganze anschauen, meine Meinung dazu. Ich gehe davon aus, viele Aussagen von US-Präsidentschaftskandidaten zum aktuellen Zeitpunkt sind mit Vorsicht zu betrachten. Das Ganze sind Wahlkampfversprechen und zielen natürlich darauf ab, dass vermehrt Wähler aufgrund dieser Aussagen, sie wählen, jetzt aber einmal zum Inhalt. Donald Trump sagt, die USA sollten Bitcoin-Reserven besitzen, die sie niemals verkaufen, um sozusagen sicherzugehen, dass sie an Bitcoin partizipieren. Auch besonders interessant, er sagt weiter, sollten die Demokraten an der Macht bleiben, wird sich das Ganze wirklich als ein Desaster für Krypto in den USA auswirken. Donald Trump möchte auf jeden Fall langfristig gesehen, dass die USA eine führende Macht sind bei Kryptothemen. Dementsprechend nimmt er auch nochmal Bezug auf China und sagt, wir müssen ganz, ganz klar vor den Chinesen sein. Wir dürfen uns hier eben nicht von Platz 1 verdrängen lassen. Wir sehen also schon, er ist auf jeden Fall pro Bitcoin eingestellt. Außer der Reserve wurde jetzt nichts explizites angesprochen. Wie sich das Ganze wirklich umsetzt, das zeigt sich wahrscheinlich erst, wenn die Wahlen durch sind. Dementsprechend von meiner Seite hier ganz klar mit Vorsicht zu betrachten, ich denke nicht, dass Krypto wirklich ein großes Thema für egal welchen US-Präsidentschaftskandidaten sein wird. Jetzt aber einmal rein in die Charts. Hier haben wir gerade schon gesehen, eine sehr interessante Preisbewegung über das Wochenende. Ich lösche hier einmal nochmal ganz kurz die ganzen Malereien raus und wir starten dann auch einmal direkt auf dem Weekly-Timeframe. Hier sehr schön zu sehen, wir haben in der Woche öfters drüber gesprochen, weiterhin intakt dieser große Broadening Wedge. Wir haben jetzt gestern kurzzeitig einen Pump über unsere Neckline beziehungsweise über unsere obere Resistance-Linie gesehen. Das Ganze konnte der Kurs aber nicht halten. Wir wurden jetzt hier leicht abverkauft. Interessant wird es, ob wir eventuell in dieser Woche oder dann in der nächsten Woche es schaffen, diese Neckline nach oben hin zu durchbrechen oder ob wir hier nochmal rejected werden und damit eine größere Korrektur sehen könnten. Aktuell sieht aber alles aus meinen Augen eigentlich relativ bullisch aus. Das zeigt sich auch nochmal auf dem Daily-Timeframe. Wir sind jetzt knapp unter dem 0.786er-FIP-Level, haben das Ganze eigentlich jetzt nochmal geretestet, kurzzeitig auf jeden Fall eher bearish zu betrachten. Es könnte jetzt sein, dass wir eben nochmal diese kleinere Korrektur auf das 0.618er-Level sehen oder aber, dass wir jetzt mit der heutigen Day-Kerze das Ganze nur nochmal hier retesten, diese Zone, bevor wir dann erneut pumpen. Sehr schön zu sehen, gestern wirklich 69.500 Dollar. Dahin haben wir es geschafft zu pumpen, nachdem wir wirklich hier eine sehr interessante Day-Kerze geformt haben. Sehr neutral zu betrachten, diese Doji-Kerze. Deshalb für mich jetzt sehr wichtig natürlich, wie schließt die Wochenkerze. Stand jetzt sieht das Ganze aber eigentlich wirklich relativ gut aus. Wir haben es gerade eben gesehen. Wir haben einen relativ langen Docht nach unten, haben das Ganze aber sehr gut aufgekauft. Sollten wir die Candle auf jeden Fall noch grün schließen, dann ist das hier auf jeden Fall ein klassisches bzw. ein sehr schönes Long-Signal. Einmal zum Trade. Wo haben wir das Ganze gestern vergrößert? Hier sehr schön zu erkennen. Wir haben unseren Entry und Stop-Loss nachgezogen. Als es hier zu diesem Retest des 0.786er kam, wir sind dann sogar nochmal sehr viel stärker abverkauft worden. Schön zu erkennen auf dem 50-Minute-Timeframe. Dementsprechend auch von uns hier wirklich ja eigentlich fast perfekt getroffen mit unserem Stop-Loss. Und im Entry wurden wir hier nicht eben an dieser Stelle dann aus Stop-Loss. Wir haben das Ganze auch nochmal auf Levex gepostet. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir erneut hier das 0.786er Level retesten. Auf Levex liegt das im Bereich der 69.900 Dollar bis hoch auf die 68.000 Dollar. Das ist also das Preisziel, was wir hier im Auge behalten. Wenn wir jetzt erneut mit dem Kurs dieses Level antesten, werden wir hier rejected oder schaffen wir es, dieses Level zu brechen. Das Ganze sieht man auch nochmal hier sehr schön auf dem kleineren Timeframe. Bevor wir einmal auf den 4-Hourly-Timeframe wechseln, auch noch wichtig, Daily-Timeframe haben wir jetzt diese wichtige Support-Box unter uns. 67.300 Dollar. Das Preislevel sollten wir jetzt auch nicht nochmal mit der heutigen Daycats nach unten hin, ja, sage ich mal, verlassen. Hier nochmal sehr schön zu sehen. Wir haben jetzt aber erstmal mit unserem Breakout von gestern, mit diesem Peak hier, das Breakout-Target von unserer Bullfleck erreicht. Das ist natürlich für uns insofern erstmal interessant, dass dieses Pattern sich damit fertig ausgespielt hat. Jetzt wird es natürlich interessant, ob wir es schaffen, hier natürlich, wie gesagt, im zweiten Versuch, ihr habt es gerade eben sehr schön gesehen, auf dem Daily-Timeframe, dieses 0.786er Level nach oben hin zu durchbrechen. Also das sind jetzt auf jeden Fall die Preistiele, die wir im Auge behalten. Wenn wir jetzt über das 0.786er Level pumpen sollten, dann kann man sich hier auf jeden Fall auch wirklich bereit machen, den Trade erneut nochmal zu vergrößern. Inzwischen haben wir ja knapp eine 50.000 Dollar Long-Position und dann wird es ja auch wirklich interessant, wenn wir mit den nächsten Tagen, beziehungsweise mit den nächsten Preis-Moves, Richtung neue Local-Tops laufen. Das Ganze sieht man ja wirklich nochmal sehr schön auf dem Daily-Timeframe. Hier dieses Double-Top, was wir ja zuletzt geformt hatten, lag ja im Bereich der 71 beziehungsweise knapp 70.000 Dollar. Wenn wir diese Preistiele jetzt erneut antesten, dann wird es wirklich sehr interessant beim Bitcoin-Kurs. Das war es jetzt soweit von mir zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ganz mal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen wieder. Das war es heute von mir. Ciao. das war es heute von mir. Bis zum nächsten Mal.